So Leute, erstmal hallo und ich möchte gleich mal zu Beginn meine neuen Abonnenten begrüßen, weil ich habe jetzt im letzten Video knapp über 500 Abonnenten bekommen. Auf jeden Fall einmal für die neuen Abonnenten hallo auf meinem Kanal. Und ich muss leider jetzt einmal mit etwas Ernstem beginnen. Und zwar, es ist so, ich habe ja dieses Gewinnspiel, dieses Giveaway gemacht mit den Borg-Clubbing-Karten und ich habe mir gedacht, ja okay, es läuft alles chillig ab und es ist kein Problem und es werden sich die Leute freuen, sie machen halt mit und so. Aber was ich dann bekommen habe, ist richtig, ich habe es einfach nicht verstanden, dass das irgendwer machen kann, ja. Ich habe jetzt, ah ja, übrigens, ich habe endlich mal mein Handy bekommen nach vier Monaten Wartezeit. Ich bin auf einmal daheim, ich sitze so an einem, ich glaube, welchen Tag war das, Montag oder so, daheim am Abend. Auf einmal schickt mir jemand eine E-Mail, wo er geschrieben hat, ich möchte, ich werde es da unten anblenden oder irgendwo in dem Bild, und halt, ich möchte die zwei Borg-Clubbing-Karten, wenn du es mir nicht gibst, dann verbreite ich deine Nummer. Also ich habe einmal gedacht, was ist jetzt los mit dir, was möchtest du jetzt damit, soll ich dir jetzt einfach so die Karten geben oder dann keiner checkt oder, ich meine, da haben ja viele Freunde von mir mitgemacht, die wirklich die Karten wollen und auch aus Wiener Neustadt viele, die das wollten und dann denke ich mir einfach, was will er damit bezwecken, glaubt er jetzt ernsthaft, ich gebe ihm die Karten nur, weil er irgendwie denkt, er kann mich dazu zwingen oder so. Aber Leute, dann habe ich jetzt den Spieß umgedreht und habe am Anfang so gesagt, ja, wenn du die Karten haben möchtest, werdet ihr jetzt eh wieder sehen, wenn du die Karten haben willst, musst du nur einfach mitmachen, vielleicht gewinnst du sie, ja, liebe Grüße Martin. Also ich wollte halt dann mit ihm so cool drauf sein und so, dass er das halt nicht glaubt, ich habe irgendwas Blödes vor oder so. Dann schreibt er wieder, das ist ja dir wieder so eine Dreistigkeit, schreibt er, nein, du verstehst das falsch, gib mir die Karten, ansonsten werden bald viele deine Nummer haben. Erstens, was bringt es ihm, wenn er meine Nummer verbreitet, nur weil ich ihm nicht die Karten gebe, ich meine, was geht in deinem Kopf ab oder so, das ist ja, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht in so eine Person irgendwie hinanversetzen, das ist ja, wieso macht man sowas? Und ich habe halt ihm dann geschrieben als nächstes, ja, ich möchte das auf keinen Fall, mach das auf gar keinen Fall, und wo und wann soll ich dir die Borg-Karten geben oder so irgendwie habe ich geschrieben. Liebe Grüße Martin. Und dann kommt ja das Blödste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ja, also ich habe mir so gedacht, ja, okay, er möchte jetzt sich irgendwo treffen oder er sagt halt irgendwo, leg es dorthin und ich hole es mir dann oder so. Aber, na, jetzt müsst ihr euch mal wirklich vorstellen, wie dumm das ist, ja. Also ich werde jetzt seine Nummer, ich werde, ob das jetzt wahrscheinlich abgeschnitten oben ist, also nur ein Text sieht, und jetzt werde ich das überdecken, damit ihr halt nicht seht, wo ihr wohnt, weil dann kommt das Nächste. Er schreibt mir dann, ja, sende mir sie bei Post. Ich meine, bist du eigentlich dumm oder so? Ich soll es dir bei Post schicken, dann weiß ich, wo du wohnst, ich weiß deinen Namen, ich weiß deine Anrede, weil der Typ hat dir eine falsche E-Mail-Adresse gegeben. Zumindest schickt er mir einfach seine Adresse und er möchte jetzt, dass ich ihm die Karten schicke. Ich meine, ich möchte für meine Zuschauer, für euch quasi als Dankeschön für meine ersten 500 Abonnenten, was mir halt wirklich viel bedeutet, ja. Wollte ich euch quasi ein kleines irgendwas zurückgeben, ja, weil ich habe ja jetzt da auch reden müssen, ob das in Ordnung geht und ob das passt, wenn ich das mache. Und ich wollte das halt für euch machen. Und dann schreibt irgendeiner aus, dort, ich kann es jetzt eh sagen, weil es jetzt eh nicht so schlimm kommt, aus Wiener Neustadt, der das geschrieben hat. Und ich werde es jetzt einbenden. Sende mir sie bei Post, dann eben die Adresse, dann eben dort, wo er wohnt und dann sein Name. Und dann kommt noch zum Schluss das 30. und wehe, du machst was dummes, Polizei und so weiter. Ich meine, ausgenommen, dass seine Rechtschreibung komplett broke ist und er überhaupt offensichtlich keinen Plan hat von irgendwas, was mit Rechtschreibung zu tun hat. Ich meine, was soll das sein? Was soll ich jetzt damit machen? Soll ich jetzt zur Polizei gehen und sagen, ja, du hast mich bestochen? Also erstens habe ich deine Adresse, zweitens habe ich alles anderes. Digga, wenn du das jetzt siehst, denkst du überhaupt irgendwie weiter oder so? Das ist ja, wie dumm bist du jetzt? Ohne Scheiße. Das ist ja, nein, ich gebe es dir nicht. Was ist das? Also ich möchte für euch, ich möchte für euch was machen. Also für meine treuen Fans unter Anführungszeichen. Und dann werde ich es nicht ihm geben. Also jeder soll die gleiche Chance haben. Und wenn du das jetzt siehst, denk mal nach oder so. Das ist ja, ich habe dann wirklich so an der Menschheit gezweifelt quasi. Und zumindest jetzt noch zurück, das war jetzt quasi die Story. Und weil viele Leute eben gefragt haben, wieso kommen jetzt keine Vlogs, wieso kommen keine Challenges oder so. Also es ist einfach so, dass ich halt jetzt in eine Oberstufe gehe, wo man halt wirklich sehr viel zu tun hat. Und ich versuche auch wirklich viele Videos zu machen. Aber es ist halt die Schule, ich habe manchmal bis vier, fünf Schule und dann komme ich her, muss noch eine Aufgabe machen. Da bleibt nicht so viel Zeit über und eine Woche muss ich lernen. Aber wie gesagt, ich versuche wirklich mein Bestes euch Videos zu geben und das ist halt alles relativ stressig. Und ich werde eben das Gewinnspiel auflösen auf meinen Snapchat-Namen. Also auf jeden Fall, da unten seht ihr meinen Snapchat-Namen. Abonniert mich da, dann seht ihr es halt, wann und wie ich die Karten verlosse und wer gewinnt. Also ich werde ihn dann auch anschreiben. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich hoffe, steht es drauf, wenn ich euch so Sachen neben dem YouTube-Kanal erzähle, die halt passieren. Wenn du das wirklich siehst, denk einmal nach, was du für einen Blödsinn machst. Ich meine, das ist jetzt kein Problem, aber wenn du es mit irgendjemandem anderen machst, dann ist es halt schlimm. Und auf jeden Fall, ich hoffe, ich hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt es nur einen Daumen nach oben. Abonniert mich und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Erstens habe ich deine Adresse, zweitens habe ich alles anderes. Digga, wenn du das jetzt siehst, denkst du überhaupt irgendwie, warte oder so. Das ist ja, wie dumm bist du jetzt? Ohne Schatz.